Wir sind hier auf der Dreamhack in Leipzig und hier werden Gamerträume wahr, denn hier findet die größte LAN-Party Deutschlands statt. Hier haben sich über 2000 Gamer versammelt, um alles rund um Counter-Strike, Rainbow Six, auch Landwirtschaftssimulator, Fortnite und PUBG zu zocken. Wir sind heute auch mit dabei und nehmen euch mit. Hauptsächlich CSGO, werden aber auch 1.6 und PUBG spielen und Blobby Volley. Ich habe meine Hardware komplett selber mitgebracht, mein Tower, ein uraltes Q-Pad, aber noch mechanisch, deswegen geht es nicht kaputt und mein Monitor. Die Teile sind online selber zusammen gekauft und dann auch leidenschaftlich zusammen gebastelt. Auf alle Fälle, wie man es schon sehen kann, League of Legends spiele ich sehr gerne leidenschaftlich. Beim Stand gibt es noch Landwirtschaftssimulator, das ist auch sehr interessant, weil das hier neu als E-Sport-Liga reinkommt. Thema Warum Warum Salem Film Vielen Dank.